Freunde, was geht ab? Hier ist der Calvin und ich werde jetzt die Ehre haben, vom schnellsten Barber in ganz Deutschland die Haare geschnitten zu bekommen. Und zwar innerhalb von nur fünf Minuten und ihr seid live dabei. Und das ist der Mann der Stunde, Mr. King Barber. Also du sagst, wenn die Zeit läuft, also ich vorbereite. Vorsichtig. Setz dich. Und du sagst dann go und dann können wir so einen Timer einblenden und gucken, ob du es wirklich in fünf Minuten hinkriegst. Magst du so ein Stück hochpumpen? Hoch? Ja, ist total. Nicht auf, hochpumpen, hochpumpen. Perfekt. Die Schere allein hat den Wert, hat er gesagt, von 1500 Euro. Okay. Musik läuft nicht? Achso, ja, wenn die Musik läuft. Das ist aus wie so ein Referee mit dem Ding, oder? Fertig? Yes. Auf jetzt, ja? Okay, ab. Ganz schön laut. Gut. Nur nicht zu dem, das ist so hart. Oh! Das ist einfach das, was wir oben am längsten da haben. Du solltest nicht beheilen. Alles gut. Dreie oder vier an den Seiten? Du entscheidest. Kurz. Das ist aber auch ein geiles Lied, das ist aber auch ein geiles Lied. Das ist auch ein geiles Lied. Da hat er dann auch ein Solo rein, ne, auf der Bühne. Ja, ja, genau. Das ist auch ein geiles Lied. Ja, ne, ne, ne. Ich würde jetzt gerne tanzen, aber es geht nicht. Ganz gleich mal. Ne, ne. Dann keine Lust mehr. Geile Mucke. Hat jemand die Zeit gestoppt? Ja. Ich hab ja hier ein Dreimal. Die Songs gehen ungefähr zwei Minuten. Ja. 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 Das waren drei Minuten oder drei und halb, vier Minuten. Ja. 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 Wow, das ist toll, das ist toll. Ich bin jetzt noch ein paar Mal. Ich bin jetzt noch ein paar Mal. Ich bin jetzt noch ein paar Mal. Sollte ich Augenbrauen ganz ab? Kennst du noch Vanille Eis? Ja. Sollte ich auch kennen? Die gehen keinen Stein vor lang. Soll ich keine Karte dazu? Und dann schreibst du auf der Seite, wie Baro geht es gut? Ja, ja. Komm, die Weitereiten. Haben die früher gemacht, ja. Dann starten die Gierden mit das Zeichen von Baro. Oh, ja. Okay. Das hast du aber drei drauf? Keine Ahnung. Wie hast du auch so eine Maschine zu Hause? Deine, ja? Ja. Ich spuck ihn drauf. Was ist so eine Maschine? Du bist auch so. Wir machen sie das. Wann gehen wir mal? Oh, ja. Du bist so. 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 wenn ich später durch die Gegend fliegen hätte. Du wirst überrascht, wenn ich so ein paar richtig sauber geschnitten bin. Das ist so stabil, wenn es genug Geschwindigkeit hat, ich sauber das rein, in den Koloropor. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin mal gespannt, was er denn jetzt da draußen macht. Ja, ich auch. Können wir eigentlich noch führen, was da, oder? Wir müssen das jetzt auf morgen, oder? Ja, aber ich bin jetzt eh... Ich klatsche jetzt sowas rein für die Wanderung. Das ist... Muss es jetzt so bis dahin sein. Vielen Dank! Der Schnellste war mal in ganz Deutschland. Gleich seid ihr auch der Teuerstreck. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wir Int Tschüss ist, bis zum nächsten Mal. Tschüss.